Hallo Andrew, Sven und Joachim, hallo liebe Mitglieder des Vereins Birito Football. Stellvertretend im Namen unserer vielen Trainer, Betreuer und Kinder, die euch das gerne persönlich gesagt hätten, aber aufgrund der jetzigen Einschränkungen das nicht möglich ist, tue ich das. Herzlichen Glückwunsch zu eurem 15-jährigen Jubiläum. Vielen, vielen Dank für die zweijährige Zusammenarbeit, die ihr mit dem Fußballverband Sachsen-Anhalt und mit dem Verband aus Opollen sehr erfolgreich gestaltet habt. Musik Von Blond Von World Solche Worte wie Ehrlichkeit, Motivation, Teamzusammengehörigkeit, Fairplay, das habt ihr in den letzten Jahren gezeigt, dass man das auch leben muss. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten neben dem Platz. Dafür möchte ich euch im Namen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt einen großen, großen Dank aussprechen. Das habt ihr bisher toll hinbekommen und wir freuen uns nicht nur mit eurem Verein, sondern mittlerweile mit euch als Freunden in die nächsten Jahre zu gehen. Ich wünsche euch für die nächste Zeit, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr das Jahr ruhig ausklingen lasst und dass wir uns sehr frisch motiviert im neuen Jahr wiedersehen. Nochmal meine herzlichsten Glückwünsche im Namen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt zu eurem Jubiläum. Das war eine tolle Zeit mit uns zusammen zumindest in den letzten zwei Jahren und dafür Dankeschön. Tschüss und bis bald. 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 Bis bald.